Herzlich Willkommen zu den FIFA 18 Pro-Clubs. Ein bisschen spät, aber los geht es und wir verlieren nicht viel Zeit. Denn mit dabei der Topscorer der letzten Saison, unsere Nummer 9, nicht Rui Völler, sondern Gerd Müller. Schönen guten Tag Dominik. Moinsinn. Dann haben wir mit dabei, vorne rechts im Sturm, Franz Becken war aber auch letzte Saison mit dabei, die Nummer 5. Hallo Felix. Ja, Freunde, Servus. Jawohl, auch mit dabei Helmut Rahn, nicht Christian Rahn. Das habe ich des Öfteren mal verwechselt. Wechselt auf die Nummer 20, immerhin, nicht immerhin, immer noch rechts außen. Hallo Hendrik. Hallo. Hallihallo. Neul dabei, Max, als Lukas Podolski mit der Nummer 11 links außen. Und natürlich auch Frauen hält Loda vorne im Sturm, ne? Der Unterschied ist, dass Dominik André spielt und weil wir vorne alles besetzt haben, steht sein Pro im Tor. Ich würde sagen, viel zu reden gibt es sonst nichts. Die German Legends, endlich sind sie zurück. Wir wollen spielen. Machen wir einen kleinen Cut, sehen uns gleich im Spiel wieder. Bis gleich. Seid ihr Eis! Ja! Wollt ihr siegen? Ja! German! Legends! Auf geht's! Sei doch leise. Alter Schwede ist das hier gewusst. Okay, los geht's. Das war ganz schön laut gerade, das dürfen wir nicht immer machen. Ich dachte, das wäre ganz cool, vor jedem Spiel zu... Okay, achso Felix, wir teilen uns auf. Machst du so die hängende Spitze? Ja. So eine auf Spielmacher, weil das Zentrum haben wir, so ist nichts. Ansonsten Flanken gehen immer. Oh, Hendrik? Jawohl! Oh, wie sieht der denn aus? Was hast du für eine Frisur, Hendrik? So eine Topfrisur, jawohl. Ja, ich habe so eine Kevin-Groß-Kreuz-Frisur. Oh, den hat er, den hat er! Jawohl! Müller! Frank Rost! Ja! Ja, wir gucken natürlich jetzt hier in Liga 10 rum. Die Spiele stehen uns wie immer zur Verfügung. Da müssen wir ein bisschen Punkte holen, um zu gewinnen. Dominik spielt alle. Mal schauen, wie ihr es hinkriegt. Tatsächlich, ich glaube, mit Hendrik zusammen, die mit der wenigsten Erfahrung bisher in FIFA 18, aber das macht überhaupt nichts. Denn wir haben hoffentlich einen zielsicheren Sturm. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass Felix wieder diesen Afro trägt. Den finde ich richtig gut. Das war die beste Zeit mit Franz. Schön sicher stehen, dich rausrücken. Tschööö. Gerd Müller! Ja, muss heute natürlich im Tor ran. Robert Enke war leider verhindert. Abseits, enges von Abseits! Hey, Leute, kommt mal ein bisschen runter jetzt hier. Ich steh oben. Ich steh oben. Hallo, geh da mal hinter. Schön. Auf gehts, Felix. Kommt da! Ja! Geh! Ja! Pass auf Warnsatz auf. Und ihr schick! Oh, schade! Der war aber schön. Ah, der mich war schön. War alles gut, war alles gut. Kann schön braunen, der Pull, der war aber lange weiter geil. Schiri wechseln. Schiri wechseln. Der war auch nüsse aus. Gerd Müller sagt ihnen, Ich will nicht mehr. Torwartwechsel. Alter, der fühlt sich aber echt lahmarschig an, muss ich sagen. Habt ihr auch das Gefühl? Ja, ja. Ja, mein er erstmal. Ja, das glaub ich dir sogar. Du spielst vor allem keinen Pro. EIN! Da war ein Tieflieger im Elber. Ranaldo? Was? Ranaldo steht bei mir, wenn Hendrik am Ball ist. Ranaldo. Oh! Ja, haste. Schön. Fair Herr Schiedsrichter, sehr gut. Das war eigentlich ein Foul. Max! Jawoll! Oh! Oh, der Kameramann! Oh, oi, oi, oi. Ansonsten lass versuchen ruhig und sicher aufzubauen. Viele Kurzpässe Jungs und dann... Das ist, glaub ich, das Rezept. Wobei, Flanken in Pro-Clubs geht auch immer, ja. Siehe, letzte Pro-Clubs. Ich kann nur Folge 200 empfehlen. Ein Zusammenschnitt, alle Tore, die wir geschossen haben. Doppel! Hey, er spielt halt nicht! Muss auch spielen! So, pass drücken. Pass! Aber wenn's nicht läuft, holen wir Ballack wieder dazu. Die machen das, ja. Komm! Ey! Schön! Sauber! Was war das denn? Abseits! Ja, sehe ich genauso. Was war das denn? Sehe ich genauso. Ja, da bin ich erstmal weggerutscht. Das tut keiner, scheine! Schönes Ding! Spiel wieder! Flanke! Uh! Reisepass, aber franz so schnell! In der Mitte zwei! Wenn's ein Tor werden soll, Flanke in den Rückraum. Ah, schade. Nochmal hintenrum, ganz ruhig. Ganz ruhig. Kurzpässe. Schön. Irgendwann finden wir die Lücke. Nur die sicheren nehmen. Weil jetzt da hinten ein Fehlpass wäre natürlich doof. Ja, Hendrik, schön rausgezogen! Sauber! Ach, schade wieder! Ja! Hätte so schön werden können. Schön! Ja, ich hab eher Priorität auf den Tower gesetzt. Und wieder? Ich hab mit den anderen nicht trainiert. Ja, ja, ja! Immer noch kein Abseits! Schön! Felix? Hier, guck mal wieder um! Willkommen, ja! Ja, da war ein bisschen zu. Das hätte ich nicht machen sollen. Aber ich spiel auch mit vier Leuten, ne? Ja, weiter Einwurf. Aber mit KI. Hast du's schon drauf? Ja. Das ist sowas Wichtigste! Was ist das Wichtigste? Oh, geh doch dran, Dodi! Ich schieße! TOR! Oh! Erste Zusammenstor für den Baller! Nummer 29! Was steht da hinten drauf? Äh... Äh, wenn Männern da mit A, das ist schwierig. Äh... Ein Klausi! Ja, Andreas, stimmt. Oder Adrian, ja, es gibt gar nicht so wenige. Adolf! Makun! Ja, Leute, der Allrounder hier. Eigentlich spielt er hier Libro. Aber ich halte mich mal lieber auf meiner Position. Ja, spielen wir schon hier mit Doppelsturm. Wer trifft das ZDM? Ja, hey! Ja, macht Dominik gut hier! Danke, danke! Hey, wir haben doch! Grüße gehen raus! Doch, dich? Lass ein Like da! Hahaha! Sponsor bei DidiTV! Haha! Wir haben heute Top-Spiel aufgenommen. Das kann ich übrigens auch nur empfehlen. Und wir haben die ganze Zeit nur gesagt, Sponsor bei DidiTV auch so. Dieser... Ne, das Eckenverhältnis wird präsentiert von DidiTV! Didi, didi, didi! Hahaha! Kornbacher! Das ist ja auch immer im Stadion auf den Anzeigetafeln so. Dieser Freistoß wird präsentiert von DidiTV! Das steht dann im Stadion anzeigen. Ja, mit DidiTV! Franzer! Ja! Ja! Außen in der Mitte! Oder hier! Aaaaaaah! Was machst du? Ja, Freilie! Die Flanken wollen die ankommen! Hahaha! Oh, hat er da schon wieder einen Paloaner sitzen? Na, Freilie! Gute Freilie! Gute Freilie! Kommt mal niemand trennen! Ich geh außen! Oh, hinterlaufen! Da sieht er den Pass und jetzt bitte komm! Jetzt machen wir eine sture Flanke mal wieder! Pfff! Pfff! Und schreien! Oh! Komm, 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 komm! Oh! Schade! Oh! Mit 1,81 gegen den Torwart. Oh! Oh! Da holt er aus für nichts! Alter, wir machen grad ein Sechser-Pressing hier vorne! Wir müssen ein bisschen aufpassen! Ach, ich bin nach hinten! Schweinsteiger! Ja, ganz schön! Schweinsteiger! Ja, das hab ich, glaub ich, wieder, ne? Ja! Doppel! Oh! 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 Ja, auch ruhigstehende Kurzpass hinten rumsuchen! Ich bin wieder auf meine linke Seite hier! Sauber! Ey, ich wollte nach hinten spielen! Der ist so schläfrig! Man muss ja voll lange in die Richtung halten! Ja... Hast du schön gestanden! Steh gestanden! Scheiße! Ah! Und noch RB, ey! Erster Fuß bei Klubgein! Geh! Zu mir! Oh! Ey! E-Podolski! Ja! Das stimmt! Letztes Jahr war es immer E-Podolski! Jetzt haben wir wirklich mal den L-Podolski! Hm! Lululu! Lukas Podolski! Podolski! Spitze! Ich bin Anspielstation! Jetzt spielt er! Schönes Ding! Goal! Da greift er über! Timo Hildebrand! Als ob der da so zugreift, ey! Ja, hau einfach mal irgendwo hin! Passt schön! Der sieht gut aus! Oh! 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 Oh, schade! Ich geh mal Mitte! Hallo! Mitte! Schade! Ey! Jawoll! Ja, das gibt einen Freistoß! War geplant! Ne, das gibt eine Halbzeit! Achso! Ich hör das, ich hör das Schiedsrichter pfeifen! Ja, das ist mega leise! Echt leise! Poldiran, Matthäus Beckenbauer, Müller im Tor! Ja, schade, aber da kann er nichts machen beim Tor! Irgendwie war das komisch, weil du hast schön gewartet, bis der Pass so kommt, aber vielleicht können wir ja noch den Sieg für den Einstieg einleiten! Auf jeden Fall gar hier mit so vielen Leuten, nämlich schon! Das könnte gefährlich werden! Da kommt die Flanke! Unser! Ja! Mach ruhig weit, wir versuchen den zu köpfen! Keine Spielrenze da hinten! Sauber! Oben, 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 hoch! Ja, jetzt nicht mehr, oder? Doch, weiß nicht! Oh! Da kommt, da kommt! Hast du! Schön! Da ist die Flanke! Kommt der! Oh! Ja, und spielt er schon! Deiner, deiner, deiner! Jawoll! Oh! Ja, der andere holt auf! Rückraum! Loll! Ja, Müller, der hat er schön! Unten, unten! Dafür ist er bekannt! Schön! Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie! Achso! Ja, so richtig! Das Sprintwunder habe ich hier noch nicht, Mittel, oder? Ruhig! Schön! Ja, Seidenwechsel schön! Die Außen schön rausziehen! Ey! Wenn der einfach mal nach Außenrum spielt! Ey! Hast du, hast du, hast du! Du hast den Überschuss! Du hast den Überschuss! Nice! Au! Oh! Tempel! Tempel noch ihnen! Die lassen wir halt noch CPU spielen! Schön, dass du mir auch zuhörst! Oh! Oh! Haust du erstmal. Jaaaa! Das sind die FIFA 17 Plays. Ach die, aber die Annahme, das ist doch eher auf einer 80 basiert, ja moin. Ich glaube die kann man sogar von einer 80 besser erwarten. Ja. So komm raus da Metzel da. Haller! Nein! Ruhig, ruhig, ruhig. Jawohl. Jo. Ja, sauber. Schön ruhig. Felix. Hendrik, auch abseits knapp, aber oder? Ja, schade. War gut gedacht, war gut gedacht. Oh, der sieht aus wie Draxler. Helmut Rahn in jungen Jahren. Hast du! Schön, Mann. Hoi, hoi, hoi. Ja, bitte. Go! Da haben uns glaube ich alle schon gefreut, mein Auge wurden glaube ich auch immer größer. Hendrik, versuch mal da, wo der bald jetzt hingekommen ist, beim Abstoß ohne Sprint einfach hinzurennen. Einfach so ein bisschen dicht machen nach hinten, sonst haben wir vier Stürmer. Jaja. Nice. Schade. Ehm. Schön. Sauber. Schick. Außen. Außen. Weiter. Sauber. Flanke. Jaaaa! 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 Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Schön, schön. Der erste Pro, der trifft. Schöne Flanke, schöner Kopfball. Dominik, du hast die Macht über Defensiv, wie auch immer du spielen möchtest. Ja. Ich persönlich spiele ja lieber immer ausgeglichen, weil bei Defensiv lasse ich mich immer hinten reindrängen in meiner Formation, die ich bei Ultimate Team spiele. Aber das ist hier was anderes und du entscheidest einfach. Kannst du die Taktiken eigentlich auch ändern? Ja, ne? Ich glaube schon, ja. Oh, nice. Hier spiel ich Ruhig. Konter oder Ballbesitz oder so. Ja, kann ich. Ja. Aber nicht verkehrst du das Spiel? Ich wusste gar nicht, dass ich am Ballbeitz... Ich geh. Flanke. Oh, sauber. Hendrik, Hendrik, er kommt Ecke, oder? War der dran? Oh, schade. Zwei Schüsse, ein Tor. Ein Tor. Ein Schuss, ein Tor. Eieieieiei. Oh, da geht er durch. Ah, die können nichts. Mach ruhig weiter. Wieder unten. Oh, das kann, wenn da wer steht. Oh, scheiße. Schön geblasht. Nochmal die Eier reinhalten da. Oh nein. Schön, Max. Oh, sauber. War fair. So ne Lacka. Schön, schön, schön. Pack ich. 78. läuft. Komm, das packen wir hier. Auftakt Sieg. Unten. Außen. Erstmal weg damit. Ja, das war richtig. Wirst du den? Hast du. Oh, ich wollte den direkt zu, Max. Ja, hast du. Komm, das Ding. Ja, reicht. Schönes Ding. Wieder zurückziehen, zurückziehen. Nicht mit Sprint. Bisschen hinten dicht machen. Wir müssen nicht mit vier Leuten draufgehen. Bisschen hier die Defensive Awareness. Auf, jetzt. Schön, Mann. Jawohl. Das bringt Zeit. In der Mitte sind die Köpfbälle. Ich bleib im Rückraum. Oh, schade. Oh, kann der nicht zu mir fallen? Ja, manchmal ziehen die Bälle entweder zu weit rein oder dann zu weit nach hinten. Nein! Ne, das war richtig. War richtig. Gib mir nicht meine Karte. Oh, scheiße. Aber der hätte jetzt ausgehen müssen. Hast du. Nein. Schön. Oh Gott. Matthäus hier. Around there. Ja, ich versichere gerade so ein bisschen mit ab hier. Ich verstehe nur nicht, warum der nicht einfach mal richtig gerät hat. Shit. Ne, die Füße sind nicht so lange wie in FIFA 17. Haune. Haune einfach. Schön. Jetzt. Außen. Vorne. Habe es jetzt auf. Schön, schön, schön. Hol's dir, hol's dir, hol's dir. Ja! Nein. Schade. Komm, schnell zurück. Schnell zurück. Einfach mit. Ey, der ist verletzt. Der kann gar nicht so sprinten. Humpel. Hast du. Ja, Mann. Schön. Ruhig untenrum. Ruhig untenrum. Und wieder ruhig. Hinten kannst du ruhig. Oben. Andere Seite. Ja, Hendrik geht. Und? Der wird ganz schön geblockt. Kriegst du noch. Ja, scheiße. Schade. Schön, bleib oben. Halt ne. 89. Alter, wie wir hier am Hardtrain sind. Nice! Wichtig, dass der den nicht sauber gewinnt. Ja, Mann. Spiel die ihn dir einfach. Jo! Lässt er so aussteigen. Ja, unser. Unser. Vorne, vorne, vorne. Einfach zu Eck vorne. Schön, sauber. Richtig gut gehalten, einfach. Spiel vorne, jawohl. Ablegen? Hast du, ich dachte, läuft? Ne, war richtig. Bring Zeit, bring Zeit. Abseits, fuck. Ja, egal. War aber knapp. Max hat gut erst aufgepasst. War dann leider doch zu knapp. Kann aber pfeifen, finde ich. Richtig. Ja! Aufsatzkrieg für die German Legends. Schland. Schland. Oh, Schland. I gotta tell you I feel about you, cause I, oh, I can't go a minute without your love. Jawohl, erst mal Dribbling-Plus bekommen als Torwart. Jawohl. Geht doch erst gerade los. Ja, hab ich auch. Ja, moin. Hier gibt's die richtigen Fortschritte. Ich würd sagen, hier sind wir. Drei Punkte haben wir. Weiter geht's. Montags, mittwochs, freitags, jeweils um 18 Uhr zur Primetime mit den Proclubs. Und natürlich den German Legends. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis in der nächsten Folge. Tschüss. 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 Vielen Dank.